bis 17 grad soll es heute machen werden es ist windstill und sonne so eigentlich wollte ich erst ein bisschen lernen dann wollte ich trainieren gehen und dann als belohnung angeln aber das ergibt natürlich keinen sinn warum sollte ich trainieren gehen dann frisch duschen und frisch geduscht in meine naja die sind jetzt nicht voller fischschleim aber meine nicht super sauberen angelklamotten steigen und dann ans gewässer fahren das ergibt keinen sinn also wenn ich erst mal das lernen dann werde ich um drei halb vier zum foxgrove park fahren bisschen angeln und dann trainieren das ist wesentlich schlauer ja gestern ist ziemlich spät ins bett gekommen deswegen so jetzt schon ein bisschen später zwölf uhr furchtbar ja hier drin natürlich als ich kalt ist ja klar also jetzt geht es mal kaffee durch meine eltern gesprochen wenn das hier in der bude alsigkeit ist sobald man so sich ein bisschen der sonne aussetzt oder das ist angenehm warm drei uhr haben wir mittlerweile das muss mich schon langsam fertig machen wenn ich noch ans gewässer will und das will ich ich muss raus an die frische luft ich will endlich mal wieder einen fisch fangen wir haben donnerstag morgen ist freitag von daher ist ein bisschen windig aber ist egal lange unterhose ist auf jeden fall angesagt denn draußen ist es auch kalt wenn man nicht in der sonne ist und von daher mache ich mir jetzt mal fertig ich habe auch zwei neue lures köder die ich unbedingt ausprobieren will denn das letzte mal haben die anderen gefangen und ich nicht und das weiß ich nicht das schreibe ich jetzt mal den ködern zu dass sie sich langsamer gewöhnt haben oder wie auch immer keine ahnung auf jeden fall ich bin jetzt langsam fertig fahren wir zum foxgrove park check auch die wasserdichte der warthose und das spray was gebracht hat und so weiter von daher so mittlerweile tatsächlich schon halb vier keine einzige wolke am himmel 17 grad ich habe vier oder fünf layer an inklusive lange unterhose drei paar socken und so weiter ich bin gespannt ob das hilft wenn die sonne dann weg geht denn dann wird es wirklich wirklich kalt und ich bin immer gespannt ob ich heute dann sollte ich mal wieder ein fisch fangen und ob das wieder eine null nummer wird naja ich habe zwei neue lures die ich auf jeden fall ausprobieren werde die machen einen vielversprechenden eindruck und ich hoffe es ist nicht allzu viel los hinten an der besten stelle denn das verändert auch immer den erfolg so aber frische luft und sonne ein bisschen gibt es von daher ja also schlecht kann es nicht sein nach später auf jeden fall noch training und da bin ich mal gespannt ob ich hunger habe werde ich wahrscheinlich haben aber hunger habe nach dem protein shake oder nicht wenn ja dann gibt es salat mit thunfisch sonst nix eine woche lang bis sie dann wieder da ist erst mal nix mehr kurz nach vier eineinhalb stunden sonnenuntergang also vom timing her passt es mal sehen ich hoffe das gibt was das ist so offiziell haben wir es ja 17 grad in der sonder wahrscheinlich wesentlich wärmer ich habe so viele layer an natürlich schwitze ich jetzt auch wenn ich nur normal gehe was natürlich direkt auffällt ist ohne ende mücken unterwegs so bisher habe ich nur einen angler getroffen der parkplatz lässt aber darauf schließen dass da eventuell jemand hinten ist so viele fußspuren gab es hier noch nie ist echt nicht gut wenn dieser angelplatz jeden tag beangelt wird so ich habe auf dem weg nach hinten schwarz gesehen sitzen zwei leute also gehen wir hier durch den fluss die andere seite nützt ja nix andere seite ist auch okay natürlich nicht super super gut so der trip hat sich mehr oder weniger schon gelohnt denn ich habe gerade einen super coolen luhr gefunden einen schönen frost kostet zwischen 10 und 15 dollar nagelneu die haken sind ultra scharf nichts angerostet super geil da sind sogar vier leute am start die ich noch nie vorher gesehen habe oh man da drüben sind schon wieder unsere chinesischen kollegen drei stück diesmal wahnsinn absolut windstill das letzte mal als es so windstill war ging gar nichts der neue köder gefällt mir ziemlich gut bisher natürlich noch nichts mit den drei hosen ist viel zu warm ich habe auf jeden fall die temperatur weit unterschätzt da überschätzt überschätzt so die sonne geht langsam runter also die burschen die auf der insel sitzen die haben nicht so viel ahnung aber die fangen auch nix die komischen chinesen da drüben die fangen schon wieder so die kleinen fischchen und nehmen die direkt mit ja das regt mich schon wieder auf naja ich hatte bisher noch keinen biss ich habe hier so ein zwei sachen springen sehen sobald ich hier her gelaufen bin boom weg nix mehr springen naja halbe stunde reifelstunde habe ich noch versuchst weiter wenn es wieder nichts wird ne katastrophe aber gut kann man nie was sagen heißt ja angeln und nicht fangen oder wie auch immer so die kameraden auf der insel hauen ab das heißt ich werde jetzt den fluss überqueren und habe dann wenigstens nach 10-15 minuten von der insel aus wir haben ja ganz schön terror gemacht von daher bringt das wahrscheinlich nix aber wie schon mal auf der anderen seite musste ich durch das oder im dunkeln durch das wasser und ja das wäre der einzige vorteil so fast dunkel durch gehts durch den fluss das schlimmste was immer passieren kann ist auszurutschen oder hinzufallen denn so viele kamotten an sonst gibt es zwar eine technik mit den waders aber mit der muss man sich halt komplett auf den rücken legen da habe ich überhaupt keinen bock drauf naja jetzt habe ich hier noch 10 minuten viertelstunde von der insel große hoffnungen habe ich nicht aufgrund der erfahrung der letzten beiden male aber ich war in der frischen luft erster wurfdreckenbiss gehabt leider verloren das ist einfach die beste stelle vielleicht kriege ich hier doch noch einen wo es wird es langsam ziemlich kalt ich kann es nicht glauben ich fange doch noch einen das ist nicht zu dunkel für das video aber oh gott geht eben genau ab vom ufer so ich bin wieder zu hause bereits zehn nach sieben hunger habe ich aber jetzt gehe ich erstmal trainieren eventuell überhaupt eine dusche protein shake und dann gucke ich ob ich noch einen salat dazu esse oder nicht aber jetzt muss ich erstmal trainieren ich habe keinen bock drauf mann ja da fange ich einen fisch kriege ich einen biss einen fisch und verlier den fisch fünf meter vorm ufer also ich habe den nicht wirklich gefangen aber boah der nachbar ist schon wieder laut ey da sind wir asig kalt in hier das ist noch kälter als draußen und dass die leute immer alles so hinterlassen wie sie es benutzt haben das ist einfach typisch amerika ey whirlpool ist frei man ist das kalt hier so auf geht's eine stunde heute boah auf geht's 50 minuten laufeinheit vorbei noch einmal gewichte knapp 700 kalorien knapp drei meilen muss reichen hunger habe ich kann aber nicht wahr sein äh gibt aber erstmal nichts aus der protein shake und jetzt schicke ich erstmal ob der whirlpool frei ist nach der letzten gewichtseinheit und wenn der frei ist dann wäre das geil mal ziemlich hoch abzuhängen in der hitze ansonsten einfach nur dusche ab nach hause zum lauten nachbarn so hungrig bin ich nicht mehr ein glück die schlappen habe ich vergessen das heißt ich darf jetzt in die stinkenden schwitzigen sportschuhe um nach hause zu gehen und darf jetzt hause schon mal die füße waschen ey nervig guess what i can't hear the neighbor ha 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 Bis zum nächsten Mal.